Ich glaube, ich bin bestens gerüstet für ein weiteres Abenteuer. Ich glaube, ich bin bestens gerüstet für ein weiteres Abenteuer. Ich will nicht sagen, weinet nicht, denn nicht alle Tränen sind von Übel. Es ist Zeit, Frodo. Wie meint er das? Wir sind losgezogen, um das Auenland zu retten, Sam. Und es ist gerettet worden. Aber nicht für mich. Was meinst du doch nicht, Ernst? Du kannst nicht fortgehen. Die letzten Seiten sind für dich, Sam. Was meinst du doch nicht, Herr? Was meinst du doch nicht, Herr? Was meinst du doch nicht, Herr? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020